Die Ehrlich Brothers in der Ja-Nein-Challenge. Ich erkläre euch kurz die Regeln. Ich darf das sagen. Ich darf alles, nur ihr dürft das nicht. Aber ihr habt die Regeln verstanden. Auf jede Frage, die ihr ohne Ja und Nein antwortet, gibt es einen Punkt. Sagt ihr Ja und Nein, gibt es einen Punkt Abzug. Habt ihr die Regeln verstanden? So halb. Dann geht's jetzt los. Welche Wörter darf man bei diesem Spiel nicht sagen? Die, für die es Punktabzug gibt. Braucht ihr eigentlich lange im Bad? 70 Minuten. Hat dein Bruder die schönere Frisur? Keinesfalls. Lauft ihr auch mal ungestylt durch die Gegend? Selten. Wer ist der bessere Magier? Gehen dir die Fragen aus? Nein. Ich. Hat er recht? Manchmal. Was ist eure Lieblingsstadt? München. Du auch? München, Hamburg, Berlin, Neu-Ulm, Bamberg und Bünde. Habt ihr als Kinder oft gezündet? Schon. Ich hab mal tatsächlich ein Feld angezündet. Ja, da brannte die ganze Bude. Kam die Feuerwehr? Ja. Nein! Nein! Es ist schon mal ein Zaubertrick schief gegangen. Oh, des Öfteren. Bei ihm vor allen Dingen. Hat man's gemerkt oder nur du gemerkt? Alle Zuschauer haben's gemerkt. Ist es schwer, sich die ganze Zeit jetzt auf Ja und Nein zu konzentrieren? Easy. Schon mal ein Date mit Magie beeindruckt? Absolut. Wir waren mal in dieselbe Frau verliebt. Mit welchem Trick? Den verrate ich dir nicht. Ein ganz schlechter Trick. Da warst du wieder das, ne? Ein ganz schlechter Trick. Ich wollte nur hören. Ob du... Ob du... Jetzt... Okay. Ich küsst. Tschüss. Ich küsst. 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 Ich küsst.